ja was denn ach so da ist das taxi ja jetzt bin ich mal gespannt auch kommt die haben mich ganz schön erwischt ich nehme gleich zwei und direkt eine exaktion ich spreche die kniescheiben das war einer eigentlich wollte ich den schläger hat hat er aber nicht gemacht ich will den schläger man ok der wie kann sich so ein riesen so bewegen ja halte ruhig fest ist ich hätte ihn nicht schon erhält aber einiges aus Das war der finale Schlag, da kam die Polizei, aber du brauchst gar nicht was kommen. So, ich geh noch kurz was essen beim Sushi. Ich lade mich mal gerade auf, ja, der Chef kann auch gerade warten, wo ist Sushi, hallo, ich hätte gerne die Kiwami-Kombo, das war's, ja bitte, nichts für Kaito-Sun, bitte, ja ja, Gutschein, bla bla bla, überspringen, da zieht er aus. Sehr nahhaft, danke, sehr, vielen, vielen Dank. Danke, na klar. Kamurocho, das Lied gerade eben, was da lief, das habe ich mal bei Yakuza gesungen, bei dem Spiel Yakuza, in einer Karaoke-Bar, ich kann mich sehr gut erinnern. Ja, ich möchte zu Kamuro Kikunuya. Das war's, was ist das? Ja, ich möchte zu Kamuro Kikunuya. Oh, alles sehr gut. Oh, was ist los? Danke. Ich hoffe, das ist keine Falle. Nein, na klar, warum nicht? Stink nach Falle. Mhm, 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 mhm. Was hat der vor? Na, Tau-Bau. Ich glaube, du kannst dich nicht von Hamura-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara-Kara. Was ist das? Das ist ein Kanzel-Karren-Karren-Karren-Karren-Karren-Karren. Du bist auch von ihm, mit unserem Kamm-Karren-Karren-Karren. Das stimmt. Das stimmt. Ist das wirklich eine Falle? Alter. Das stimmt. Mhm. Hm? Mm-hm? Mm-hm. Oh, oh. Ein Mensch. Huch! Schau dir das. Oh, ho, ho, ho! Ha! Backe! Was hast du denn gemacht? Wir werden es nicht mehr tun. Wir werden es nicht mehr tun. Wir werden es nicht mehr tun. Nein. Hoffentlich nicht. Das ist ein Mann! Jetzt werden wir es nicht mehr tun? Er dreht wieder durch. Oh, Mann. Wir müssen wieder gegen Halbjapan kämpfen. Oh. Oha. Bäm! Ho, 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 ho! Das tat ihm weh. So. Es geht los. Turu Higashi. Auf ein neues. Schon wieder gegen ihn. Er kann es nicht lassen. Das ist auch so eine Wurst. Mann. Wir ändern erst mal unseren Stil. Weil wir jede Menge Gegner suchen. Die wir durch die Wände klatschen können. Wow. Okay, okay, okay. Alter. Mit einem Kackmesser. So, ich spreche da erstmal die Knie rüber. Das sind schon echt viele. Boah, hat er uns ganz schön runtergehauen. Ja, ein Staminan bitte. Jetzt hau doch mal ab mit deinem Brotmesser. Oh, er hat uns schon wieder runtergehauen. Staminan, ja. Noch eins. Ich befürchte, wir müssen gleich die ersten Hilfskoffer und die ersten Hilfskoffer nutzen. Die wir teuer gekauft haben. Von unserem Kanal... Kanalarzt. Kanalisationsarzt. Oh, der blutet aber auch schon. Wow, das war ja... Naja. Der war schon fast komplett tot. Wow, 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 wow. das messer ist weg schön verbandskasten reicht das das reicht und es es reicht auch so ok ok ja ja verstehe Geh das mit einem kleinen Hut. Geh lang. Okay, da fliegst du. Das ist eine Kombo. Alter. Das war eine geile Kombo, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Komm her an. Alter. Boah, das ist ja ein Freak, Mann. Der hat so eine Power, aber jetzt ist er down. Besiege die Mazzuga eine Familie, das haben wir getan. So alter Mann, wo bist du? Na, der wird ja nicht schlecht down. Er hat es wahrscheinlich erwartet. Das ist ein Freak, Mann. Hm, schon. Hm, schon. was gibt es jetzt gibt es wieder eine rückblende ein sprung in die vergangenheit vielleicht vor 20 jahren kam uro cho ok klar Ja. Was? Ha! In der Fall, ich habe auch einiges Mal, wie du. Ich habe mich, und mich nicht so schlafen, dass ich mich nicht so schlafen, dass ich mich nicht so schlafen. Und dann, wenn ich mich nicht so schlafen, dass ich nicht so schlafen, dass ich mich nicht so schlafen habe. Ja. Zeig mir, Yagami, wie er aussieht. Mhm. Ich hab schon mal gegen ihn gewonnen. Zeig mir, Kaito, Mann. Keinen gezeigt. Mann. Ja, okay. Mhm. Oh. 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 Dann müssen wir mit ihm reden. Oh. Auf jeden Fall. Oh. 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 Okay. Ja. Oh. Okay. Oh. Wir können es uns nicht erlauben, das halbherzig anzugehen. Und wenn es um Technik geht, ist Tsukumo der Richtige. Schätze mal, er ist da, wo er immer ist. Tja, Tsukumo, ja, unser Hacker Number One. So, hier haben wir den Maulwurf und natürlich Hamura. Ja, okay. Was? Ja, ja, das ist gut. Hm, von wem ist das? Och. Okay, Mist, was soll ich jetzt machen? Wir gehen auf diesen Herren hier los. Weil das wollte ich beim letzten Mal schon machen. Äh, Honda und Kasai habe ich keinen Bock zu. Aber der hier, der interessiert mich. Okay, und danach müssen wir zu unserem Hacker-Freund, Tsukumo. Der kann uns die richtigen Wanzen besorgen. Die möchte er aber wahrscheinlich nicht im Wunsch haben. Hallo, Frau Vermieterin. Sie hier. Ist das ein Popo gewesen? Da ist ein Popo. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich wieder alles auffüllen. Ja, ist eine Freude, Sie wieder zu sehen. Na ja. Stamina, bitte. Und zwar wieder volles Rohr. Davon habe ich alles. Aufm, jaha. Danke. Bitte, tschüss. Jetzt können wir in den Kampf. Können wir? Ja, geht. Das reicht. Okay. Hier ums Eck. Ich weiß gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Ach, das ist der. Der Dicke. Äh, was ist denn jetzt los? Yagami! Achso. Aha, habe ich dich endlich, Yagami. Sie haben mir gesagt, ich bekomme eine fette Belohnung, wenn ich dich fertig mache. Jetzt nichts Persönliches, aber ich muss dich jetzt leider zum Hackfleisch verarbeiten. Und danach. Ist das Zeit fürs Essen. Kaito Saka Kiba. Ja, den haben wir ja schon mal umgehauen. Dann machen wir das auch nochmal. Oh. Das ist ganz gut. Was? Was machst du schon wieder? Und willst du wieder was essen? Ja, komm her. Ja, ja, lacht du dich mal auf hier. Wow. Okay. Das ist ein bisschen knapp, was ich hier mache. Aber ich knall ihn einfach raus aus dem Bild. Den wollte ich unbedingt besiegen. So, und schon haben wir nur noch 57%. Das war wichtig. Auf zu Tsukumori. Was? Irgendjemand verfolgt mich. Aber erst einmal. Zerkratzter Spiegel. So, was ist los? Ich freu mich. Wo sind deine Kumpels? Ja, alles klar. Da nicht. Ach, da hinten. Der kommt ja nicht raus. Umamura. Das war jetzt aber nicht der herzeste Feind, muss ich sagen. Ach, hier gibt es einen Heilig-Papp. Was? Was steht da? Gummi. Gumminus. Base Pale Ale. Ja, Herdland. Auch von 17 bis Close 2. Okay. Ein Irish Pub. Geil. Warum können wir da eigentlich nicht rein? So, ein bisschen Bier trinken. So ein Ale. Das wäre doch mal nicht so schlecht. Na ja. Goto. Wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist direkt zurück von da, wo du herkommst. Das wäre doch ein Kumpel. Go to hell. So, da fliegst du. Da fliegst du. Wir sollten das Essen gehen. Ja. Das ist wichtig. Danke, Tamago. Tamagotchi. Ähm, nein. So. Was ist hier? Ah, das ist der... Das ist kein Essen. Da müssen wir nicht hin. Wir gehen mal zu Café Michode. Moment, was ist das denn? Was ist das? Wir gehen noch mal hin. Da ist ein Freund, den wir noch nicht kennengelernt haben. Das ist ja mal ganz was Neues. Oh. Wir haben überhaupt keine Energie. Das ist sehr blöd, was ich hier mache. Aber, aber. Das sind auch keine Gegner hier für Yagami. So. Dürfte ich jetzt mal bitte was essen gehen? Bitte. Billiges Plastik. Da ist der Katzenmann. Hallo. Wir sind gleich da. Smile Burger will ich nicht. Ich will daneben. Daneben möchte ich was essen. Ist das hier? Ich glaube schon. Oh ja. Das sieht gut aus. So. Moment. Äh, oh. Dann ist es wohl der ist hier. Aber ich möchte gerne was essen. Willkommen im Bietzahorn. Mach dich bereit. Haha. Ich bin immer bereit. Wie Leute im Moment das Geschäft kippsern. Ach, das ist Kim. Das ist noch nicht unser Freund gewesen. Der schreibt uns andauernd. Na, ich sei gut, um ganz ehrlich zu sein. Viele unserer Gäste sind zum Kanweier abgewandert. Unseren größten Konkurrenten. Tja, das Kanweier ist ziemlich beliebt. Nee. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir uns behaupten können? Ja, gib mir Steak. Keine Ahnung, ob mir spontan was einfällt. Aber ich kann es ja mal versuchen. Also, wofür ist das Kanweier denn bekannt? Mal sehen. Es ist ein gehobenes Restaurant, das eher was für Geschäftsleute oder schicke Dates ist. Und sie haben keine endelang Speisekarte, sondern konzentrieren sich auf das beste Fleischsorten auf dem Markt. Auf die besten Fleischsorten auf dem Markt. Sie scheinen auch nicht in irgendwelche anrichtigen Geschäfte verwickelt zu sein, so wie wir. Verstehe. Waren diese Informationen wenigstens hilfreich? Lass mich mal überlegen. Vorschlagen, die Preise zu senken. Vorschlagen, Reis gratis nachzuführen. Vorschlagen, Dessert anzubieten. Vorschlagen, ein Familienangebot einzuführen. Preis gratis finde ich immer ganz gut. Wieso fühlst du nicht den Reis kostenlos auf? Ja, Kinniko und Reis gehören fest zusammen. Und ich glaube, viele Leute würden etwas Reis aufs Haus zu schätzen wissen. Außerdem ist es doch besser, wenn die Gäste mehr Reis essen. Das ist viel billiger als Fleisch. Wow, du kennst dich echt gut aus. Bist du sicher, dass du nicht mal Restaurantmanager warst? Werden meine Amateur-Tipps tatsächlich eine Wirkung haben? Schätze, ich werde es bald erfahren. Kim. Kim, jetzt erst befreundet. Naja. Ich habe trotzdem Hunger. Kriege ich hier nichts zu essen? Ich kriege nichts zu essen hier. Na gut, dann muss ich wohl hier rein. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen. Und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios Amigos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.